Hey, hey. Der Tankwart und Uncle Ben. Die beiden Gangster, das sind Damir und Cengiz. Samir? Damir. Und? Hey, kleine Rübe. Was guckst du denn so trübe? Cengiz. Ihr größtes Idol, Tony Montana. Ah, ja, Mann. Wir müssen exponieren. Du meinst, expandieren? Scheiße. Ey, es gibt einen Engpass. Was haben wir als Graffiti schon durchstatus? Bom, Style is fame. Ich hätte zwar kein Berufsgangs daran. Auch nicht hatten. Kinder abziehen? Was, Kinder? Die haben voll die dieben Texte. Sind ihrem Alter krass voraus. Hm. Alter, krass. Alter, so in der Kiste machen wir auch. Wie denn? Oder hast du schon mal eine U-Bahn in unserem Scheiß-Kaff gesehen? Aco! 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 Ein ohne Zug! Aco! The Must Fly, die Premiere, ab zweitem Mai 21 Uhr auf Warner TV Serie. Bis zum nächsten Mal.